da unten eine sackkasse war und um der ecke kann es nicht springen na gut dann wollen wir mal wieder die ninjas machen von der jakuza-organisation und die schwerter die sehen aus wie bei final fantasy 12 da musst du mit der zustimmungszwerg oder ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet noch mal ein ich hoffe da kommt ja auch moment ich kann auch die rückspultasse aktivieren moment wo was geht hier oder so ein bisschen die ninjaswerte meinte ich aus dem aus dem gepixel raus ja mit viel fantasie ja ja die echsen wieder möchtet ihr feuer nein wasser nein schneemann wasser nun ja was denn nun feuer wasser schneemann ja ist alles dabei man ist halt immer verlass ja hast recht als wir waffe die gute alte bekommen den linja machen wir noch ganz schnell natürlich mit der nebel auch natürlich zu dem motto ja natürlich treffst du jetzt mit dem kummer schwert an okay ich glaube ich halte mich mal ne so gut okay so wir haben es geschafft so jawoll meine straßen so jetzt wird es interessant oh ja in die heiligen hallen oh ja ganz schön viel aber jedes mal wenn ich jetzt die lava sehe muss ich automatisch an mit denken ganz ehrlich käse cremesuppe sage ich nur bei der frank royal das auch immer gesagt hatte oder kürbissuppe ich bin auch nicht wungrig genau klanggesang ja ich wieder stehe der attacke nein nein doch ganz schön genau obwohl ich die nebel augen aktivieren wollte ja stein ist auch nicht so wenn ich dann eh mal anguckt ist halt blöd ne ja toll ne per zufall ne weil ich gerade die nebel auch aktivieren wollte ne zwinker doch die wand an jetzt nochmal ja die haben ja gerade welche verbraut gehabt das ist schon gut boah müssen wir hier springen alter wenn die man hier unten gehen die brose oder was ja wahrscheinlich schon boah medusa jetzt haben wir sich aber schon langsam zu oft gesehen hm stimmt schon langsam aber sicher reicht es ist wie so team rocket ne kommt immer wieder das stimmt geht einem irgendwann auch übelst auf den knorzen sorgenkraft rank wow drei von euch okay wow gott sei dank habe ich noch eine nebel aura wow ich glaube es kommt jetzt sowieso der boss der hauptboss genau da ist er schon den sieht man schon ein bisschen oh ja der oh oh gott jetzt wollte ich beinahe den flucht zauber aktivieren das ist ja der ungünstig ja ja ein zweiköpfiger drache lol ich schmeiß mal mal den rechner an hau du die infos raus ja also ne erstmal hier in den kampf rein damit man ein bisschen die boss musik genießt weil die geil ist yeah also draco schizo heißt er schizophren oder was ja scheinbar der sieht geil aus ganz ehrlich okay also information er hat 14.000 leben bitte ja 14.000 angriffskraft 125 und abwehrkraft 145 ja jetzt wird's interessant ja jetzt wird's interessant 14.000 schon ganz schön geil mal gucken pipi macht die axt okay er ist mit dem morgen schon oh nur 500 freundes greift er an okay das ist der glaube ich eine giftattacke oder ja 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 oh oh er beherrscht giftattacke das ist nicht gut napalm boot okay das ist eine feuerattacke oh flash decken napalm wow ja widersteht der attacke zieht aber trotzdem noch zu viel ab lol okay okay wieviel machen die jobbomben ja auch 5.75 oder ne ne das war die freundes 503 machen wir noch was für freundes geh mal die geh mal deine ganzen attacken durch äh den schanz siehst du ne mhm okay also ja da sonst hätte ich äh die zahl immer genannt oh vergiftet oh shit ähm ja dann halt ich ihn mal ja und du haltst mich das ist ein gutes teamwork ja und er greift schon viel ja super boah er hat das gewusst er hat das gewusst er hat das gewusst das ist eine richtige Schweinefacke zagblütz oh für ihn naja hm geht so besser ja solche arte oh ja das soll ich überbreiten oh scheiße romes heil mich heil mich heil mich und die nebel aura nebel aura die bringt es 1 2 ja oh die nimmste ja zack okay jetzt muss ich allerdings erst mal romes wieder hallen mit dem heiltrank wehe wenn du jetzt eine feuerattacke machst mit dem heiltrank mit dem heiltrank nein oh nein oh nein scheiße oh das wars ja game over game over so naja dann kann ich euch zumindest jetzt mal den game over shot zeigen aber das geile an dem spiel ist man muss nicht an dem punkt aufhören wo wir letztens aufgehört haben also sprich vor dem boss sondern man fängt sofort im kampf an ist ja praktisch ja okay komm jetzt bin ich hardcore nebel aura achso der hat jetzt noch seine lebenspunkte von vorhin ja und ja alles neu jetzt ja wieder 14.000 aber deswegen haue ich jetzt die nebel aura rein also 14.000 oder da 14.000 stand vorhin ja okay so jetzt bist du tot Drakushizo 2006 morgen weg jetzt bist du tot ja greif halt mit folgendes an 3-9 piu piu er ist auch da shit ne ich halte ihn nicht über ich bin eh rausgekommen wie oft hast du mir jetzt eigentlich welchen schaden gemacht ich glaube ich habe jetzt ungefähr dreimal dreimal genau dreimal die nebel aura ungefähr 1.900 ja also aufgerechnet 1400 aufgerechnet 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 ok mhm dit 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 so boah mach halt deine gift attack jedes mal ey sehr gut nur mal 1 3 3 oh er hat den Kopf verloren oh er hat den Kopf verloren auch mal Kopf abgeschlagen mit Axt 3 9 4 9 2 sag mal Rubens willst du mich jetzt verarschen ja er will mich verarschen ja er will mich verarschen nein gibt es erstmal flächendeckten abholen ja und es tut richtig weh oh ja so passt mal auf wenn ich jetzt ihn mit halbzauber teile dann benutzt er wieder ein halbzauber pass mal auf ja du musst ungefähr noch 9.000 super 9.000 auch scheiße 9.000 ungefähr ungefähr ja ja der Kampf zieht sich in die Länge aber dann haben wir auch ein bisschen vom Boss was ne oh ja ah die Attacke die die macht dich fertig haut rein ey boah dieser Narb halt nur der tut ganz schön weh so jetzt attackieren wir ihn endlich mal wieder oh ja der war schön äh 7.000 glatt Orkanwinden Aua oh zack nein 7.500 oh ja er hat sich wieder verändert jetzt wird der Akku jetzt ist nur noch einer oha jetzt wird er sauer Enrage Knochenmühle und somit beherrscht er auch neue Attacken toll ähm wie sieht es eigentlich mit der Donnerabra aus ich muss ja mal die verschiedenen Zauber mal ausprobieren hm oh der macht Donnerabra erstmal bei dir ein 300 zack er weiß es und 400 400 naja geht ne er zu bei 7.4 oh er zu wackels bissl naja 300 ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen und Wasserfluch 6.2 Schneemel nein Schneemann häh Orkanwinde er hat zu viel abgezogen oh oh ne ne ich sehe schon boah wir müssen uns hier halten im boss der ist der der pure wahnsinnig tronk also das ist bisher der schwierigste Boss ganz ehrlich tja der hilft nur noch ein Kaperloor oder ein Garados ne ein Kaperdos bester Platscher oh ja ja wir haben seine letzte Form haben wir erreicht oh er wieder steht der Attacke sind es noch 3000 wow 1 loo ja Feuer auf dem Feuervieh das ist nie unbedingt so das Beste bleibt bei dem bei der Dings Attacke die knapp 1 Vieh abzieht Nebel Aura die jetzt ein 0 hat wenn man 0 einsetzen kann Arschloch und jetzt zack Orkanwinde und tot gut dass Rubens Lehmzoppe hat wird vom Engel auf die Schulter geklopft bis ist er da pfuh boah ist der Hardcore der Tragoschizo es 3000 2,5 1,3 rein steinsäure 1,5 oh jetzt noch zack steinert ja war gut dass ich jetzt volles Leben hab wenn ich jetzt nur 100 Leben hätte wär ich im Atem dann hätten wir den Kampf nochmal machen müssen und das wär ärgerlich wenn ich schwerer ja das war ein Crit ja wir haben ihn da ist er weg ja da und level up super endlich sehr gut und wir haben den dritten Kristall jawoll oh feuer feuer Kristall ja der Kristall des Feuers super ja da ist er doch ja es blinkt ja es ist ganz normal geil boah das ist die überwältigende Schönheit oh du wurdest kurz kurz weiß so rot ist der Wargrowing eigentlich naja so lila ne kommt der jetzt her äh das äh der Kristall der kommt vom Boss also der Hauptboss hat den Kristall halt in dem Sinne gestohlen halt ne ich mein den Typ da neben dir das ist mein Partymitglied Rubens der war auch gerade im Kampf dabei der war einfach so drinnen im Charakter und kommt dann einfach wieder raus so also okay geschafft nun fehlt nur noch ein Kristall ich glaube jemand in Vindia hat mir etwas darüber erzählt wo liegt Vindia südöstlich vom Fokusturm bumm äh ja ok was ist passiert oh ich schlutz alles ein jetzt hier oder loil kannst du die Kiste nicht mal mitnehmen die Lava fließt aber tolle Animation doch die drohe können wir Gott sei Dank